Hallo und herzlich willkommen hier bei der Firma Antrimon Ingenieurin. Ich werde zusammen mit meiner Mitlernenden, Adelina, die Firma vorstellen. Bei uns besuchst du zuerst für ein Jahr die Vibilea. Dort wird dir die Grundlagen des Konstruktors beigebracht. Nach einem Jahr in der Vibilea wirst du in Antrimon anfangen und vollkommen ins Team integriert. Dank unserer guten Ausstattung an 3D-Drucker, Laborgeräte und Bearbeitungsmaschinen bekommst du auch immer die Möglichkeit, dein Style schlussendlich in der Hand zu heben und in Real Life zu begutachten und zu testen. Als Konstruktorin ist mein Hauptnahme mit der modernsten Technik verbunden. Man sieht die neuesten Entwicklungen im Bereich der Automobiltechnik, Medizinaltechnik, sogar in der Raumfahrtechnik und noch vieles mehr. So, das wäre es jetzt auch schon gewesen mit unserer Vorstellung. Wir hoffen, wir haben dich für eine Lehre unserer Firma begeistern und freuen uns auf eine Bewerbung von dir. Tschau zäme!